Wenn wir ein Bett entwickeln, beachten wir viele Aspekte. Ein Krankenhausbett wird von vielen Personen benutzt, nicht nur von den Patienten, gerade auch von den Pflegenden, die jeden Tag viel leisten. Die Situation der Pflege hat sich stark verändert und somit überlegen wir tagtäglich, was wir noch tun können, um die Pflegenden zu unterstützen mit schonenden Konzepten, zum Beispiel einem großen Verstellbereich des Bettes. Je nach Ausführung kann das Puro bis zu 90 cm hochgefahren werden. Damit ist die Arbeit am Patienten immer in einer angenehmen Höhe möglich. Und die Pflegekraft muss sich nicht hunderte Male bücken. Das entlastet den Rücken auch langfristig. Aber das Bett fällt nicht nur ganz weit hoch, sondern auch ganz weit runter, um genau zu sein bis auf 28 cm. Bei einem Sturz aus dieser Höhe ist das Verletzungsrisiko deutlich geringer und schwere Folgen eines Sturzes lassen sich vermeiden. Ein anderes Beispiel, wie wir im Pflegealltag helfen und entlasten können, ist das Thema Mobilisierung. Mit unserem Puro tragen wir aktiv dazu bei, die schnelle Mobilisierung des Patienten zu unterstützen. So hilft zum Beispiel die Mobilisierungsstütze dem Patienten, mit wenig Kraftaufwand aufzustehen. Damit helfen wir, wieder eigenständig mobil zu sein. Das ist unser Antrieb. Einfach mobil.